Folge 031 Ich sage immer, ich habe im Spiegel geschaut und habe mich da nicht selbst erkannt. Und da habe ich dann für mich beschlossen, ich darf in eine neue Richtung gehen, einen neuen Weg einschlagen. Willkommen zu meinem Podcast Bist du glücklich? Sei achtsam! Inspirationen, Impulse und Achtsamkeitsübungen für den Unternehmer von heute, dem Machertypen. Für mehr Lebensqualität, Zeit, Geld und Wohlbefinden, innere Zufriedenheit und Glück. Mein Name ist Iris Gynicker, ich bin Expertin für Achtsamkeit. Hallo, hier ist Iris Gynicker und ich habe heute den Peter Bär im Interview. Lieber Peter, würdest du dich einmal vorstellen? Hallo, liebe Hörer. Ja, ich bin der Peter Bär, gerade wie die Iris schon angekündigt hat. Ich bin Trainer und Coach in Regensburg. Und ja, was genau möchtest du von mir wissen? Ja, was du so machst, was du treibst. Da ist natürlich, das ist immer eine spannende Frage, weil da ist die Frage, wie weit darf ich ausholen? Was ich mache, das habe ich eben schon ganz kurz gesagt, ich bin Trainer und Coach im Bereich Stressmanagement, Resilienz. Wenn es darum geht, seine eigene Widerstandskraft zu erhöhen, also in seine eigene Kraft und in seine eigene Balance zu kommen. Dort trainiere ich mittlerweile in mehreren Feldern. Zu Beginn war ich sehr viel in der Automobilindustrie unterwegs, dort habe ich Führungskräfte gecoacht, dort habe ich Teams gecoacht und trainiert. Jetzt mittlerweile ist auch der Shift, wo ich eigene Seminare, größere Seminare gebe, wo die Menschen aus vielen verschiedenen Feldern herkommt. Und die Geschichte mit der Automobilindustrie begann ja auch mit meiner eigenen Geschichte, weil bevor ich meine Reise zum Trainer und zum Coach begann, bevor ich Psychologie studierte und all die Dinge machte, war ich tatsächlich auch mal Ingenieur in der Automobilbranche. Ich habe auf deiner Seite auch einige Infos über dich gefunden, aber ich denke, da kommen wir gleich noch zu. Mich würde erst mal interessieren, wie lange machst du jetzt das Coaching im Resilienzbereich, Stressbereich, wie lange bist du da unterwegs? Ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es ein fließender Übergang war. Ich muss jetzt mal überlegen, wie lange bin ich schon Coach und Trainer? Ja, aber ich würde jetzt sagen, richtig professionalisiert, jetzt schon über zwei Jahre, aber darauf hat sich natürlich dann eine lange Phase davor mit einbezogen, wo ich die ganzen Ausbildungen machte, wo ich mich fortgebildet habe, wo ich nebenberuflich, also neben meiner Tätigkeit als Ingenieur Psychologie studiert habe. Das war so eine lange persönliche Entwicklung und dann auch eine Professionalisierung. Also, du könntest dich nicht genau sagen, aber wenn du eine Zahl wissen willst, sagen wir mal, also gut über zwei Jahre definitiv, wo ich professionell als Trainer und Coach unterwegs bin. Und als du dich entschieden hast, in die Richtung zu gehen, auch das Psychologie-Studium anzugehen, wie lange ist das schon her? Ja, da dürfen wir dann nochmal fast drei Jahre drauf adieren, würde ich sagen. Genau. Das heißt, ungefähr fünf Jahre beschäftigst du dich mit dem Thema, über das wir halt heute reden wollen, beziehungsweise auch natürlich zu dir als Person ist mir ganz wichtig, viel zu erfahren. Ja, ich glaube, wie lange ich mich mit dem Thema schon beschäftige, geht schon noch viel, viel weiter. Es ist eine ganz spannende Geschichte. Ich kann vielleicht mal ganz kurz ein bisschen ausholen, wenn es für dich in Ordnung ist. Ja, gerne. Es begann bereits in meinem ersten Studium. Also, bevor ich die ganze Reise zum Psychologie-Studium, Trainer und Coach angefangen habe, habe ich Elektrotechnik studiert. Und dort im Studium habe ich bereits bei mir gemerkt, hey, meine Leidenschaft geht in eine komplett andere Richtung. Ich habe damals schon mehr Bücher über Psychologie gelesen, über persönliche Entwicklung, als ich für Elektrotechnik damals gelesen habe. Aber ich war damals in so einem Fahrwasser, wo ich noch für mich gesagt habe, ja, ein vernünftiger Job, ein sicherer Job. Ein Job, der vielleicht auch eine gewisse Anerkennung hat, wo, naja, wo man nicht nach den eigenen, wo ich nicht nach meinen eigenen Bedürfnissen und nach meinen eigenen Präferenzen gelebt habe, sondern einfach so, hey, was man halt so macht, was sicher ist, was ich schon immer gemacht habe und wo ich dann auch einen vernünftigen Job habe. Und dann habe ich mich auch durch dieses Studium mehr oder weniger gekämpft. Ich konnte es sehr gut, aber gefallen hat es mir nie. Und dann habe ich halt auch als Ingenieur in der Automobilindustrie begonnen. Und das, was ich dort begegnet bin, auf das war ich ja persönlich überhaupt nicht vorbereitet. Also ich kam in sogenannte Taskforce-Projekte. Das sind Projekte, wo der Kunde, also ich habe beim Automobilzulieferer gearbeitet, der Kunde waren der BMW, Daimler, die großen Namenhaften, die wollten mit ihren Fahrzeugen in Serie gehen und der Lieferant war noch überhaupt nicht so weit. Und ich stand genau dazwischen, zwischen diesen beiden Spannungspunkten und musste meine Aufgaben erledigen. Ich weiß noch ganz genau, ich erzähle es immer wieder gerne. In meiner ersten Abteilung, in der ich arbeitete, hatten von zwölf Leuten vier einen Burnout. Und das war so eine Diagnose, die scheinbar schon normal wurde. Und dann war es auch bei mir, ging es immer weiter in genau diese Richtung. Ich hatte tausende Pläne, tausende To-Dos, hunderte Ansprüche. Ich glaube, ich war ständig auf Dienstreisender. Und irgendwann kam dann mal der Punkt, wo ich auch gemerkt habe, ich bekomme Magenschmerzen, Kopfschmerzen. Mir geht es nicht wirklich gut. Aber ich musste natürlich noch funktionieren. Ich hatte noch so viele To-Dos, ich hatte noch so viele E-Mails abzuarbeiten, ich hatte noch so viele Aufgaben zu erledigen. Und das habe ich dann weiter und weiter gemacht. Und dann kam natürlich ein Punkt, wo ich nach, es war am Montagmorgen, wo ich von einer zweiwöchigen Dienstreise zurückkam und am nächsten Tag nicht mehr in die Arbeit gehen konnte. Also mir ging es dann so, persönlich auch so, ich fühlte mich so unwohl in meiner Haut. Ich sage immer, ich habe im Spiegel geschaut und habe mich da nicht selbst erkannt. Und da habe ich dann für mich beschlossen, ich darf in eine neue Richtung gehen, einen neuen Weg einschlagen. Und das war dann der Beginn, wo ich gesagt habe, okay, jetzt geht es anders. Ich beginne mit einem Psychologiestudium. Ich möchte herausfinden, was der Mensch so braucht in unserer Gesellschaft, um in seine Kraft zu kommen, in seine Balance zu kommen. Was es braucht, auch mit den ganzen Anforderungen ein entspanntes und auch begeistertes Leben zu leben. Und da begann dann so meine Reise, wo ich mich Tag ein, Tag aus noch intensiver mit meiner schon zuvor gewonnenen Leidenschaft beschäftigte. Da sind zwei Ebenen zusammengekommen. Einmal diese Leidenschaft für den Menschen, die ich schon in meinem Studium, in meinem ersten Studium hatte. Und eine Schwierigkeit, wo ich in der Gesellschaft gesehen habe, wo ich in der Abteilung gesehen habe und dann bei mir gespürt habe. Und daraus hat sich meine Profession entwickelt und mein Auftrag in der Gesellschaft, ja. Ja, das ist spannend, weil wir sind ähnliche Wege gegangen. Ich habe auch Wirtschaftsinformatik studiert und bin erst 25 Jahre in der IT unterwegs gewesen, bevor mich auch ein Burnout hat aufwachen lassen. Ich sage immer, der Burnout war das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte. Und ich bin auch seit fünf Jahren mit der Achtsamkeit unterwegs. Deswegen sind wir eigentlich in ähnlichen Feldern unterwegs. Das finde ich ganz spannend. Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, weil ich beobachte es immer wieder, dass Leute einfach gefühlt diesen Aufprall brauchen. Einfach, also der Mensch ist ja von sich aus, bedient er sich immer seiner gleichen und alten Strategien bis zum gewissen Punkt, wo es einfach nicht mehr geht. Und ich möchte niemand die Erfahrung machen lassen, dass er sagt, er rutscht mal wirklich tief in genau dieses Fahrwasser Richtung Burnout rein. Und wer es erlebt hat, der weiß, es ist nicht angenehm. Und der es hat, es ist tatsächlich dann ein Erwachen, weil man dann anfängt, sich neue Fragen zu stellen. Wenn man sagt, ich möchte mein Leben anders leben. Burnout ist, ja, kann eine Liebeserklärung zum Leben sein, auch wenn es nicht gleich am Anfang schön ist. Also auch die Nachricht an all die Leute, die gerade da stecken. Es ist nicht schön, es macht keinen Spaß, aber es ist ein Weg in ein neues Leben. Also so die Geburtswehen eines neuen Kindes. Und manche Menschen brauchen dies. Ich versuche jetzt schon präventiv dahin zu wirken, da zu sagen, hey, Leute, kommt nicht bis zum Endpunkt, sondern fangt jetzt an, was zu ändern. Legt euch jetzt neue Strategien zu. Fangt jetzt an, neue Gedanken zu denken. Oder auch achtsam bewusst zu leben und gar nicht zu denken. Aber ich denke, da kommen wir jetzt noch dazu. Und manchmal müssen die Leute die Erfahrung machen, dann ist es gut. Für mich war es auch ein Geschenk, definitiv. Nicht das schönste Geschenk, aber ein unglaublich wertvolles Geschenk. Und ja, manchmal muss man die Erfahrung machen und manchmal vielleicht auch nicht. Ja, wir sind ja beide auf dem ähnlichen Weg unterwegs, als wir eigentlich die Menschen vorher bewahren möchten. Es ist ja praktisch eine moderne Krankheit. Du sagst ja selber, du hast in der Abteilung gehabt. Und das zeigt ja eigentlich, dass es eigentlich schon, ich habe letztens erst ein Interview auch mit jemandem geführt, schon fast modern, sage ich mal, Überlastung zu haben. Er sagte schon, da wurde schon teilweise damit eine Challenge ausgeübt, wie viele Überstunden der jeweilige gemacht hat. Ja, das gar nicht als negativ zu sehen, sondern eher als positiv, nur als Leistungsträger, dass ich halt viel leisten kann. Ja, so eine Art Wettbewerb auch entstanden ist. Das fand ich ganz erstaunlich. Er kam auch zufällig von einem Automobilzulieferer oder sogar Automobilhersteller. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ich fand es schon etwas in Anführungszeichen krank, dass man das überhaupt so sehen kann. Dass halt, je mehr ich leiste, umso besser bin ich letztendlich. Ja, ich meine, das beobachten wir alle und wir kennen es ja. Wir leben in einer sehr leistungsorientierten Gesellschaft, wo wir uns über Leistung definieren. Und dann gibt es natürlich die Menschen, wo hervorragend damit umgehen können. Schaut, das dürfen wir nicht verneinen. Es gibt Leute, die arbeiten einfach enorm viel und können super damit umgehen. Und dann gibt es Leute, die bedienen sich nicht der erfolgreichsten Strategien oder guter Strategien. Und die knicken dann zusammen. Aber was wir halt Menschen, was wir Menschen immer gerne machen, wir vergleichen uns sofort. Und dann sitzen wir in der Abteilung und sehen die anderen, die sich ein Spielchen draus machen. Und nur selbst fühlen wir uns innerlich zerrissen, unwohl, können nicht mehr. Aber haben das Gefühl, dort irgendwie mithalten zu müssen. Und im nächsten Schritt darf man auch verstehen, man kann auch in die anderen Leute nicht hineinblicken. Oftmals betrachten wir einfach andere Personen, wo wir denken, bei denen läuft ja alles. Die können mit dem Stress umgehen, die können mit den Belastungen umgehen, aber wir können nicht in diese Leute hineinschauen. Wenn ich wieder die neuesten Zahlen von den Krankenkassen lese, von dem Stressreport von der deutschen Bundesregierung, dann sieht man auch, dass jeder dritte Deutsche an der Leistungsgrenze arbeitet. Und wenn man sich mal in seiner Abteilung umsieht oder in seinem Umfeld umsieht und dann abzählt, hey, jeder dritte, dann weiß man, man ist nicht allein. Nur die Leute sind hervorragend in der Lage, eine Maske aufzusetzen und zu funktionieren. Und die Beobachtung hatte ich natürlich auch in der Automobilindustrie. Niemand spricht darüber und auf einmal vom einen auf den anderen Tag war jemand weg. Man hat es ihnen schon davor angesehen. Die haben natürlich äußerlich dann auch nicht mehr gerade vital und kraftvoll ausgesehen, aber die haben nicht darüber gesprochen. Und niemand konnte offen wirklich, auch du hast seine Gefühle kommunizieren. Und ich war dann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich fange es jetzt an. Ich erzähle den Leuten, wie es mir geht. Und was dann das Spannende war, jeder konnte mitfühlen. Jeder hat die gleichen Erlebnisse. Ich weiß, wir sind hier nicht allein, aber wir sind zu stolz darüber zu reden. Und wir gestehen es uns nicht ein, aber es geht fast jedem so. Niemand ist hier perfekt auf der Welt. Ja, aber das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, auch zu verstehen, dass es anderen auch so geht, dass ich da nicht alleine stehe. Aber dass es eben auch schwierig ist, das zu erkennen auf der anderen Seite, bei sich selber und auch bei anderen. Denn wir versuchen ja zu funktionieren auf diesem Weg, auf dem wir sind. Ja. Verrätst du mir einfach mal, was deine wichtigen Werte in deinem Leben sind? Oh, meine wichtigen Werte. Das ist ein ganz spannender Begriff, äh, ganz spannender Punkt. Weil mein wichtigster Wert tatsächlich meine Gesundheit ist. Meine Gesundheit ist mir mein wichtigster Wert. Und jetzt, wenn mich jemand vor fünf Jahren gefragt hätte, was ist dein wichtigster Wert? Ich glaube, ich hätte auch Gesundheit gesagt. Ah, okay. Ganz spannend. Ich hätte Gesundheit gesagt, aber ich habe es nicht gelebt. Weil mit den Werten ist es oft so eine Sache, wir suchen uns tolle Werte raus, die toll klingen. Aber wenn wir unser Leben dann mal überprüfen, dürfen wir schauen, leben wir diese Werte auch konsequent. Und das geht nicht, indem wir uns ins Schneidersitz hinsetzen und uns überlegen, was ist uns wichtig. Sondern wenn wir mal zurückblicken und schauen, die wichtigen Entscheidungen in unserem Leben aus, welcher Haltung heraus haben wir die getroffen, aus welchen Werten heraus. Und ich, wenn ehrlich zu mir selbst war, vor fünf Jahren, wenn ich rückblickend, habe ich nicht die Dinge aus der Gesundheit getroffen. Sondern mir waren da andere Dinge wichtig. Vielleicht Erfolg war es, vielleicht war es Anerkennung oder was auch immer. Aber bestimmt nicht die Gesundheit. Heute kann ich sagen, meine oberste Priorität ist tatsächlich die Gesundheit. Also ich sage, ich darf in meiner Kraft sein. Ich darf in meiner Energie sein. Und ich darf in meiner Balance sein. Nur so aus dieser Kraft heraus kann ich anderen Menschen dienen. Kann ich anderen Menschen helfen. Nur dann kann ich ein guter Partner sein für meine Frau. Nur dann kann ich ein Vorbild sein für andere Menschen. Nur dann kann ich gute Trainings und Coachings geben, wenn ich aus einer inneren Ressource heraus schöpfe. Und darum ist es mir wichtig, als allerhöchster Wert für mich in meiner Kraft, in meiner Gesundheit zu sein. Und Gesundheit ist hier ein Überbegriff, wo ich viel, viel mehr damit verbinde. Nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern es ist auch eine geistige Gesundheit. Es ist eine gewisse Kraft. Es ist ein gewisses Gefühl. Es ist eine Ausgeglichenheit. Also da steckt viel, viel, viel mehr dahinter. Es ist nur für mich ein Wort, wo ganz viel dahinter steckt. Du hattest ja am Anfang gesagt, dass du deinen Ingenieurberuf ergriffen hast aus Sicherheitsgründen. Gab es denn vorher etwas, was du gerne gemacht hättest, bevor du dich für den sicheren Weg entschieden hast? Bestimmt, aber ich glaube, ich habe mir nie bewusst die Frage gestellt. Mein Weg war immer relativ geradliniger. Mein Vater war Ingenieur und ich war, naja, ich glaube, ich war nicht der leichteste Jugendliche. So habe ich mich dann irgendwie durch die Schule geschlängelt. Nicht wirklich gut, weil ich auch keine Lust zu lernen hatte. Ich war eher ein rebellisches Kind. Habe dann so mit Ach und Krach die Realschule abgeschlossen. Habe eine Ausbildung begonnen zum Elektroniker für Betriebstechnik, hatte es damals geheißen. Und da habe ich mich gespielt. Es war super leicht. Ich war einer der Besten im ganzen Bundesland. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte mehr. Okay, jetzt habe ich eine technische Ausbildung gemacht. Was macht man dann? Ja, dann studiert man. Dann macht man ein technisches Abitur. Und auch das ist mir wieder super leicht gefallen. Ich hatte ein Einzelabitur und habe mir wieder nicht die Frage gestellt, hey, wohin geht es in meinem Leben? Was möchte ich wirklich, wirklich aus meinem Leben machen? Und dann habe ich gesagt, okay, technisches Abitur, technische Ausbildung, dann studiere ich halt Elektrotechnik. Ich war einfach als Nauerliegendste. Und dann habe ich das Elektrotechnikstudium begonnen. Und dann habe ich gemerkt, uh, das ist nicht wirklich, was mir liegt. Aber ich war damals nicht emanzipiert genug, um mir selbst einzugestehen, dass ich sage, ich briche etwas ab. Ich höre etwas auf. Ich war einfach zu stolz und wollte das Ding durchziehen. Und ich habe ja auch alle anderen angeschaut, die haben es auch gemacht und habe sich durchgezogen, auch wirklich in Rekordzeit. Aber da habe ich schon gemerkt, nee, das ist nicht meine Richtung. Aber wie gesagt, ich war viel zu stolz, um das mir einzugestehen. Hey, geh einen anderen Weg. Und dann kommen natürlich solche Dinge mit rein. Ja, Sicherheit. Gewisse Erwartung von anderen. Und all die Dinge spielen da natürlich mit rein, dass man genau auf dem Pfad bleibt, den man begonnen hat, obwohl es vielleicht nicht der Richtige im Leben ist. Und dann braucht es einfach manchmal für den Menschen diesen Aufprall, um zu sagen, okay, hier geht es nicht weiter. Diese Mauer, wo die Leute dagegen crashen. Und mit den Worten, wo ich vielleicht jetzt sage, hoffe ich, dass ich ein, zwei Menschen inspiriere, zu sagen, hey, ist das der richtige Weg in den, wo ich mein Leben leben möchte? Ich war damals nicht emanzipiert genug. Und ja, aber ich durfte die Erfahrung dann auch machen. Also von dem her ist auch wieder alles gut. Du hast ja erzählt, dass du selbst den Burnout auch gehabt hast. Mich würde mal interessieren, weil wir wollen ja gerade die Menschen abholen, bevor es passiert. Wie wurdest du von deinem Umfeld wahrgenommen? Hat dir jemand gespiegelt? Dass du dich verändert hast zum Beispiel? Weil es passiert ja letztendlich wirklich auf dem Weg, dass wir uns von der Persönlichkeit auch verändern. Ja, ganz klar. Also bei mir war es relativ radikal. Es war tatsächlich dieser Montagmorgen, wo ich aufgestanden bin in der Früh nach einer kaum geschlafenen Nacht, wo ich von den zwei Wochen Dienstreise zurückkam. Und dann am nächsten Tag, ich hätte in die Arbeit gehen müssen, ich hätte Berichte abliefern müssen und so weiter und so fort. Ich habe gesagt, viele müssen und ich konnte nicht. Also bin ich zum Arzt gegangen und habe gesagt, ich kann nicht mehr in die Arbeit gehen. Also war es erst mal so ein radikaler Schritt, so ein Switch. Und dann ist es natürlich spannend, was passiert, wenn man dann wieder in die Arbeit kommt nach einem, zwei Monaten. Bei mir war es knapp vier Wochen, ja, nach vier Wochen wieder in die Arbeit kommt. Da schauen natürlich einen die Leute irgendwie, was ist jetzt mit ihm los? Auf einer Seite verstehen sie es, auf der anderen Seite hat man selbst das Gefühl, hey, man hat es jetzt irgendwie nicht geschafft. Und da erst mal in dieses Unfall sich reinzufinden wieder. Und das ist ein starker Emanzipationsprozess, der wirklich auch Zeit benötigt. Dass man sagt, man erlaubt sich, anders zu sein. Man tut sich als erstes etwas Gutes. Also lebt mehr nach seinem eigenen Bedürfnis als nach den Anforderungen von außen. Also es ist so ein ganz starker Prozess. Und gerade am Anfang ist man nicht wirklich in seiner Kraft, ist man nicht wirklich in seiner Energie. Und da darf man einfach so viel Wertschätzung und Liebe wie sich selbst geben, wo man einfach sagt, ich darf mir was Gutes tun. Ich darf mir was Gutes tun. Wirklich mit diesem Mantra durch den Alltag laufen. Und das Umfeld wird sich verändern, keine Frage. Aber meine Erfahrung ist, die Menschen zeigen Verständnis. Und zum Zweiten ist es völlig egal. Völlig egal, ob jemand Verständnis zeigt oder nicht. Es kommt darauf an, dass es einem selbst gut geht. Schau, diesen Switch im Kopf, dass ich sage, ich muss nicht für die anderen Menschen leben. Ich muss nicht irgendwelche Dinge erfüllen, wo ich glaube, dass die anderen Leute denken könnten. Sondern mir darf es gut gehen. Mir darf es gut gehen. Ich darf in meine Kraft kommen. Ich darf in meine Gesundheit kommen. Wirklich Tag für Tag mit diesem Mantra leben. Und wenn man das über mehrere Wochen macht, dann merkt man bei sich Veränderungen, dass es einem selbst besser geht. Und dann spürt man auch, hey, ich bin auf dem richtigen Weg. Und das Umfeld, ja, ist ganz spannend. Weil bei mir war dann auch dieser Switch, dass ich gesagt habe, okay, hier, mein Beruf als Ingenieur, so geht es nicht weiter. Ich möchte in eine andere Richtung gehen. Und das war natürlich für mein Umfeld auch erst mal wenig zu begreifen. Weil da haben, die leben natürlich auch die Werte. Hey, du hast jetzt einen sicheren Job. Jetzt willst du auf einmal etwas so Unsicheres machen, wie als Trainer arbeiten. Und da darf man dann halt einfach ehrlich und aufrichtig zu sich selbst bleiben. Und den Weg konsequent verfolgen. Und wenn man spürt, dass einem der neue Weg gut tut, wenn man merkt, dass da so ein kleiner Funke von Freude wieder aufsteigt, wenn man in dieser Tätigkeit ist, dann entwickelt es Tag für Tag seine Schwungkraft, wo man sich irgendwann mal dann gar nicht mehr die Frage stellt, ob man das Richtige macht. Man weiß es einfach, dass der neue Weg der richtige ist. Wie lange hast du gebraucht, um diesen Weg der Veränderung einzuleiten? Du bist nach vier Wochen zurückgekommen. Was ist danach passiert genau? Ja, danach hat es natürlich erstmal einige Gespräche mit dem Vorgesetzten gegeben, zu sagen, okay, erstmal aus diesem Taskforce-Projekt raus. Und ich sage, okay, ich hatte da das Glück, dass ich dort rauskommen durfte und in ein anderes Projekt durfte. Was bedeutet, das war dann nicht mehr ganz so hektisch. Also ich habe erstmal auch wirklich Zeit zum Durchatmen bekommen. Das war ein super Geschenk von derer Seite. Dann habe ich natürlich gleich meinen neuen Weg begonnen. Ich habe natürlich alles gelesen, was ich in die Finger bekam. Ich habe natürlich sofort begonnen, Seminare zu besuchen. Und ich habe diesen Wandel bewusst eingeleitet, dass ich, ja, ich habe mich sehr viel mit mir beschäftigt. Darum ist es relativ schnell gegangen. Ich würde jetzt sagen, die Reise ist noch nicht zu Ende, würde ich sagen. Weil es, glaube ich, nie zu Ende ist. Ich denke, der wichtigste Schritt ist auch, dass ich dann wirklich ab dem Zeitpunkt, eigentlich vorher besser natürlich schon, mehr für meine persönliche Weiterentwicklung tue. Denn was du auch gesagt hast, die Gründe liegen ja nicht im Außen, sondern letztendlich bei mir selber. Und ohne, dass ich mich selber nicht verändere, kann ich dann auch im Außen nichts verändern beziehungsweise an der Situation auch nichts verändern. Ich glaube, genau, also dieser Punkt und noch ein zweiter Punkt sind die wichtigsten überhaupt erstmal. Also der erste Punkt ist, es ist möglich. Also es ist für ausnahmslos, jeden möglich, in seine Kraft, in seine Balance, in seine eigene Energie zu kommen. Schau, es ist möglich, dieses, ein, ein kraftvoll, authentisches Leben zu leben, für jeden. Also dieses Burnout, diese, diese, diese Krankheit ist keine Endstation. Das heißt, jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich zu verändern. Also wichtigster Punkt, wirklich ausnahmslos. Jeder, und das haben die Neurowissenschaften gezeigt, die Psychologie zeigt das jeden Tag wieder. Also jeder erstmal den Mut zu haben, zu sagen, hey, ich bin kein hoffnungsloser Fall, sondern es ist definitiv möglich. Und der zweite Punkt, wie du jetzt gesagt hast, die Lösung wartet da draußen auf dich. Es gibt so viele tolle Ansätze, wie man einen neuen Weg gestalten kann. Man braucht bloß den Mut und auch das Vertrauen darin zu investieren. Zu sagen, okay, ich besuche mal ein tolles Seminar. Ich gönne mir mal ein neues Buch vielleicht, neue Gedanken, neue Wege. Oder ich hole mir anderswo Hilfe. Aber auf jeden Fall, es gibt, zum einen gibt es die Möglichkeit, für jeden in seine Kraft zu kommen. Und zum anderen gibt es parallel dazu Menschen, die dich dabei unterstützen möchten. Also das sind immer die beiden Komponenten. Und da darf man wirklich in sich investieren, ja. Ja, ich finde auch, was du jetzt am Rand angesprochen hast, sich wirklich Hilfe zu holen und nicht zu meinen, ich muss das allein durchkämpfen. Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Das war tatsächlich auch bei mir immer so ein Blocking-Point. Ich habe immer gedacht, ich muss es alleine schaffen. Ich habe immer geglaubt, ja, da gibt es ja keinen da draußen, der mir helfen kann. Ich bin ja der Einzige, der meine Gedanken so kennt, wie sie sind. Ich kann mir nur selbst helfen. Und das war so ein Stolzbestand, den ich mir einfach selbst in den Weg gelegt habe. Weil ich so stolz war. Es war nicht mal stolz. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, es kann keiner mehr helfen. Ich kenne mich ja am besten. Keiner hat die Probleme, die ich habe. Und das ist nur ein Gedanke, der dich davon abhüllt oder die einen davon abhüllt, weiterzugehen. Nur ein Gedanke. Letztendlich auch eine Blockade, wo ich mich selbst blockiere. Genau. Man blockiert sich selbst dadurch und holt sich nicht die Hilfe, die einem noch schneller raushelfen könnte. Gab es besondere Herausforderungen auf deinem Weg, nachdem du die Entscheidung getroffen hattest? Ja, ich glaube, es sind tausende kleine Herausforderungen. Klar, ich meine, wenn ich es jetzt aus unternehmerischen Sicht sehe, hatte ich davor ein gutes Gehalt. Ich war in der technischen Projektleitung. Da verdient man gut in der Automobilindustrie. Und dann der Switch zu machen, wo man sagt, da kann man nicht selbstständig und darf schauen wie Geld, wie das monetäre reinkommt und so weiter. Das waren schon große Herausforderungen. Aber ich glaube, die Herausforderungen sind jeden Tag da. Und man sagt, wenn man sich mal wieder einen Tag hat, wo man sich nicht so wohl fühlt, dann etwas Gutes für sich tun, wieder in seine Kraft zu kommen. Wenn man Ängste hat, dass man sagt, man hat einen konstruktiven Weg, mit diesen Ängsten umzugehen. Also man spürt die, man nimmt diese an. Man ist gut zu sich selbst. Ich glaube, das ist jeden Tag ein Schritt, wo wir tun dürfen, um Schritt für Schritt rauszukommen. Das ist jeden Tag eine kleine Herausforderung. Ich glaube, das Leben gibt einem jeden Tag so einen kleinen Stups, wo man sagt, hey, da kann ich daran wachsen. Und das dürfen wir als Wachstumsimpuls sehen und nicht irgendwie als Rückspritt oder nicht als Niederlage oder als einen Kampf, sondern jeden Tag ein kleiner Schritt zu mehr Freiheit. Neben dem Leben, was uns unterstützt auf dem Weg, gab es noch irgendetwas Besonderes, was dich gestützt hat oder auch Menschen, die dich unterstützt haben, diesen Wandel einzuleiten? Ja, definitiv. Ja, definitiv. Also zum einen natürlich meine Frau, wo ich, ja, eine bezaubernde Frau, die mich auf meinem Weg begleitet hat, schon seit dem Studium, wo ich sie kennenlernen durfte, die hat mir viel Halt gegeben, die hat mir viel Trost und Zeit gegeben, die hat mich auch in den Arm genommen, wenn ich mal wieder so einen Tag hatte, wo ich gesagt habe, ach, es geht überhaupt nicht mehr. und da darf ich ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen. Ich darf ein großes Dankeschön an all meine Lehrer richten, wo ich sage, die die Seminare gegeben haben, die mich zum Coach ausbilden, also all diese Lehrmeister, ich nenne sie jetzt Lehrmeister, aber es waren Prinzipien Ausbilder oder verschiedenste Instanzen, dann darf ich all den Leuten danken, die ich gar nicht persönlich kannte. Es ist doch oft so, dass wir unglaublich tolle Impulse in Büchern lesen, in Podcasts hören, Menschen, denen wir nie persönlich begegnen, aber uns auf uns in der Reise begleiten und da darf ich dankbar sein. Und ich glaube, der wichtigste Person, der wir dankbar sein dürfen, ist da man auch wieder selbst, also dass man sich vor sich selbst mal verneigt und sagt, hey, ich habe es bisher geschafft und da darf ich stolz drauf sein. Und man sich mal selbst auf die Schultern klopft und umarmt und sagt, hey, du bist ein geiler Typ. Du hast alles richtig gemacht, mach deinen Weg weiter. Auch ein ganz wichtiger Aspekt, gebe ich dir vollkommen recht. Mir geht es auch so, also ich habe auch zwei Vorbilder, die ich über die Bücher kennengelernt habe, die mir geholfen haben, auf meinem Weg auch aus dem Burnout herauszufinden, muss ich ganz ehrlich sagen. Sollte man nicht meinen, was alles möglich ist, ich muss nicht unbedingt nur, sage ich mal, professionelle Unterstützung suchen, und auch viele Bücher, die wir unterstützen können, kann ich auch nur empfehlen. Ja. Wenn du dein Leben heute und vorher vergleichst, welche Veränderungen würdest du bei dir beschreiben? Oh, wow. Das Leben ist viel intensiver. also ich nehme die Dinge bewusster wahr. Das ist natürlich auch eine gewisse achtsame Komponente. Und ich vermute, jeder, der diesen Podcast hier verfolgt, der weiß, was ich mit Achtsamkeit meine. Das macht das Leben intensiver und saftiger. Ich glaube, ich arbeite sogar mehr wie zuvor. Ja, wirklich. Aber aus einer ganz anderen Energie heraus, aus einer ganz anderen Freude heraus, aus einer ganz anderen Begeisterung heraus. Wie hat sich das Leben noch verändert? Ich bin wieder ein bisschen Kind geworden. Nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen viel. Ich bin viel freier in meinem Denken, viel freier in meinem Handeln. Genieße die Dinge mehr, weil man darf sich mal selbst fragen, woher weiß ich, was gut ist, wenn ich nie etwas Schlechtes erlebt habe? Also Leben hat auch was mit Kontrast zu tun. Und wenn man eine Phase hatte, wo man wirklich auf dem Boden aufgeknallt ist und es einem nicht gut ging, dann kann man die Dinge, die Kleinen, viel mehr wertschätzen, weil man weiß, dass es da noch ganz andere Abgründe gibt. Also es macht das Leben auch intensiv. Das darf man nicht vergessen. Und das genieße ich jetzt jede Sekunde, wie das tolle Leben oder dieses tolle Gespräch, wo wir hier führen. Und dafür bin ich unglaublich dankbar. Ich bin zum dankbaren Menschen geworden, ich bin zum bewussten Menschen geworden, zum liebenden Menschen und zum Kind. Ja, mir geht es auch so, kann ich auch nur bestätigen. Und was ich für mich so entdeckt habe, ist auch, sich auf das zu konzentrieren, was ich habe und nicht auf das, was mir fehlt. Das ist ja auch so ein Thema, was wir evolutionär mit uns tragen. Ja, da könnte man jetzt auch wieder ein riesen Feld aufmachen. Dankbar sein. Es sind so, es sind so viele kleine Dinge, die wir in unser Leben tragen dürfen. Eins nach dem anderen. Da ist Dankbarkeit natürlich so wichtig. Kleines Dankbarkeitstagebuch führen. Jeden Abend, fünf Minuten, wo ich reinschreibe, hey, dafür bin ich dankbar, dafür bin ich dankbar. Oh, das war noch cool. Dankbar, definitiv dankbar. Und wo man sich einfach Revue passieren lässt und sagt, oh, das war wertvoll. Und es beginnt manchmal, dass man am Abend im Bett liegt und ich glaube, wenn man das erste Mal Dankbarkeitstagebuch schreibt, dann denkt man sich, oh, bin ich auf irgendetwas dankbar? War überhaupt irgendetwas cool heute? Mein Tag war voll beschissen. Und dann kann es passieren, dass das Gedankenkarussell losgeht. Aber dann darf man sich darauf konzentrieren, eine ganze Kleinigkeit, ein Lächeln, ein toller, ein tolles Gespräch, ein guter Kaffee, irgendwas. Und wenn man so wieder die Dankbarkeit in sein Leben bringt, oh, ich könnte jetzt hier ewig ausholen, dann wird das Leben auch wieder saftiger, bewusster. Dankbarkeit ist auch ein sehr achtsamer Akt. Ja. Ich finde es auch ganz toll, dass du das auch noch hervorhebst, weil das verändert einen wirklich auch von innen heraus, auch eine ganz andere innere Zufriedenheit, inneres Glück zu empfinden, aus meiner Sicht. Ja. Und da starten wir tatsächlich mit einer sehr erfolgreichen Trainerin aus München, starten wir Ende dieses Jahres eine kleine Dankbarkeitschallenge. 24 Tage in der Fastenzeit, wo wir mehr Dankbarkeit tatsächlich in unser Leben bringen, Tag für Tag, Stück für Stück. Spannendes Projekt, finde ich toll. Ja. Werde ich verfolgen. Ja, wir kommen so langsam dem Ende zu, Peter. Kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen, drei wichtige Tipps unseren Hörern mit auf den Weg geben? Mir geht es vor allem um den präventiven Part, nicht nach dem Burnout, sondern was kann ich tun, woran kann ich erkennen, dass ich schon in dem Hamsterrad unterwegs bin und wie könnte ich aussteigen? Drei präventive Tipps. Lass mich mal kurz überlegen, was ich den Hörern mitgeben darf. Ich glaube, der wichtigste erste Schritt, habe ich eben erwähnt, ist zu sagen, ich bin die wichtigste Person in meinem Leben. Mir darf es gut gehen, damit ich überhaupt jemanden unterstützen kann. Ich darf in meine Kraft und meine Balance gehen. Wir dürfen uns diesem ersten Schritt erstmal selbst wert sein, dass wir uns gut fühlen. Also das ist so ein geistiger Switch, dass man sagt, wenn ich in meiner Kraft bin, erst dann kann ich anderen helfen. Das ist immer dieses Flugzeugprinzip. Wenn das Flugzeug abstürzt, kommen die Masken von der Decke und wir dürfen als erst die Maske uns selbst überstülpen, bevor wir unseren Nachbarmann rechts und links helfen können. Also dieses Verständnis, das muss Klick machen bei einem, dass man sagt, hey, stimmt, mir darf es gut gehen. Ein zweiter Punkt, wo ich mitgeben möchte, ist, was wir auch schon gesagt haben, erstens, wir sind nicht alleine und zweitens, wir dürfen uns auf den Weg machen, in uns investieren, uns tolle Bücher kaufen, wir dürfen tolle Podcasts hören, wir dürfen uns fortbilden. Wenn wir merken, hey, ich fühle mich nicht wirklich wohl mehr, irgendwas passt nicht in meinem Leben, dann gibt es da draußen die Lösung. Die wartet nur auf dich. Schau, so tolle Podcasts wie der hier, da einfach reinhören, sich inspirieren lassen, wachsen und diesen kleinen Pfad des täglichen persönlichen Wachstums beginnen, das ist so ein ganz wichtiger Impuls und den nicht erst machen, wenn man aufgeklatscht ist auf dem Boden, sondern wenn man merkt, irgendwas passt nicht mehr, es darf Veränderung kommen und man spürt es, man spürt es ganz genau, man gesteht es sich nur nicht ein. Man ist nicht ehrlich zu sich selbst oder sagt, andere Dinge sind gerade wichtiger als ich selbst. Aber wenn man den ersten Schritt gemeistert hat, dass man verstanden hat, dass ich die wichtigste Person in meinem Leben bin, dann kann man auch ganz leicht dazu stehen, dass man sagt, hey, irgendwas passt nicht und sich dann auf den Weg machen und sagen, ich suche mir etwas. Es gibt zu viel da draußen, genau für dich oder für jene, wo passt. Und der dritte Tipp, oh ja, das ist ein Tipp, den ich liebe und habe ich noch fünf Minuten, um den zu auszuführen. Und zwar fangen wir wieder an, die Ruhe zu lieben. Also in der Ruhe steckt so viel Kraft, so viel Weisheit, so viel Inspiration. Wir leben in einer Gesellschaft, die so schnell geworden ist, so laut geworden ist. Jeder möchte etwas von uns, ob es das direkte Umfeld ist, ob es die Medien sind, ob es der Arbeitgeber ist. Es passt so viel auf uns herein, wo wir ständig etwas wollen und wo wir dann anfangen, von dem allen nachzukommen und uns am Ende des Tages irgendwie ausgelaugt fühlen, weil wir nur noch von außen nach innen gelebt haben, wo alles auf uns eingeströmt ist. Und was einem die Ruhe schenkt, ist, dass wir wieder anfangen, von innen nach außen zu leben. Das bedeutet, wenn wir jeden Tag zehn Minuten einfach mal nichts tun, also wirklich nichts tun, kein Fernsehen schauen, keine Musik hören, kein Gespräch führen, sondern auf der Couch liegen und vielleicht in der Nase bohren oder einfach nur einen Spaziergang machen, ohne Musik, ohne nichts, einfach in die Ruhe kommen, dann aktivieren wir wieder so eine leise Stimme in uns, die wir vielleicht aufgehört haben zu hören. Das ist am Anfang nicht leicht, weil am Anfang werden sie vielleicht deine Gedanken drehen. Es wird so viel auftauchen, wo du vielleicht gar nicht fühlen möchtest am Anfang. Aber wenn wir uns jeden Tag zehn Minuten Ruhe gönnen, einfach wo wir nichts tun, dann fangen wir an, wieder Schritt für Schritt von innen nach außen zu leben, weil wir anfangen zu hören, was uns gut tut, was wir wollen, wo es bei uns im Leben hingeht, wo wir den nächsten Schritt machen dürfen. Und dies entsteht immer aus der Ruhe heraus. Und darum einfach, ganz ein einfacher Tipp, wo jeder in seinen Alltag bringen kann, zehn Minuten am Tag nichts tun. Einfach nichts. Genau. Ja, vielleicht noch ergänzend, dass es auch ganz normal ist, wenn es mir am Anfang schwer fällt, wenn ich erst mal im Hamsterrad gelaufen bin, gilt es wirklich, das erst mal wieder zu trainieren. Denn ich habe ja letztendlich auch dieses Ruhe aushalten können, dieses Nichtstun aushalten können, verlernt. Und das ist ein super Indikator. Wenn es am Anfang schwer fällt, die Ruhe auszuhalten, dann ist es genau das Richtige. Genau. Dann ist es genau das Richtige. Das ist ein kleiner Test, ob ich schon auf dem Hamsterrad unterwegs bin. Wenn ich zehn Sekunden dort sitze und merke, hey, ich will jetzt sofort wieder mich ablenken, dann ist es genau der richtige Zeitpunkt, sitzen zu bleiben und Ruhe zu halten. Und ich merke es bei mir auch immer wieder, wenn ich sehr anspruchsvolle Wochen hinter mir habe. Zum Beispiel diese Woche, ich hatte Montag, Dienstag, Mittwoch Training und dann auch noch Abendprogramm, was dann schon sehr anspruchsvoll ist. Und dann, wenn ich mich wieder hinsetze, sind die ersten Impulse, ach, lenk dich doch nur einfach schnell ab. Schau dir, mach nur ein bisschen Arbeit, arbeite die E-Mails noch ab. Und der Geist will irgendwie gar nicht so richtig in die Ruhe kommen. Und das sind die perfekten Impulse, für sich zu verstehen, hey, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um in die Ruhe zu kommen. Und dann, wenn man diese Phase überschritten hat, wo man es eigentlich nicht will, dann kann auch eine Phase kommen, wo es furchtbar langweilig ist. Und auch dann die Ruhe aushalten. Und irgendwann wird man merken, dass die Ruhe so etwas Wertvolles in sich trägt. Und das dauert manchmal ein paar Wochen, aber es ist völlig in Ordnung. Schau, wie lange haben wir gebraucht, um uns in die ganzen Dinge reinzureiten. Da können wir uns ruhig mal ein paar Wochen Zeit nehmen, um in die Ruhe wieder zu finden. Und am Ende kommt ja auch die Belohnung, dass ich mich wieder wohlfühle in meiner Haut. Ja, definitiv. Peter, hast du noch einen Buchtipp für uns? Ja, ich habe einen sehr persönlichen Buchtipp, wenn ich den hier platzieren darf. Vor, was haben wir denn heute? Ja, vor zwei Wochen ist mein neues Buch Radikal Stressfrei in den Handel gekommen. Ah, interessanter Titel. Genau, was genau darum geht, wieder in seine Kraft zu kommen. Es sind sechs Schritte, die wir gehen dürfen, um wieder dieses radikal stressfreie Leben zu leben. Ja. Okay, gerne. Ja, dann sind wir am Ende angelangt, Peter. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du für das Interview zur Verfügung standst. War ganz spannend, das zu hören. Und ich finde immer sehr schön, auch wenn Betroffene einfach auch offen darüber reden können, weil am besten, denke ich, können wir dann auch andere unterstützen, den Mut zu haben, andere Wege zu gehen. Definitiv. Vielen Dank für deine Arbeit. Danke dir auch, Peter. Weiter so, würde ich sagen, dass wir ein bisschen an der Veränderung der Gesellschaft beitragen. Genau. Und viel Freude dabei haben. Genau. Vielen Dank. Danke, Peter und bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Gehe jetzt auf irisgynniker.com Dort findest du weitere Infos, Links, Tipps zu dem Podcast und auch weitere kostenfreie Trainings und vieles mehr. Du hast Interesse an ein Online-Coaching? Vereinbare mit mir auf meiner Homepage einen Termin oder schreibe mir eine Mail an iris at irisgynniker.com Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit dir und wie ich dir helfen kann. Deine Iris und ich freue mich sehr